Es ist ja eigentlich fantastisch. Wasserhahn auf und das Wasser rinnt. Kostet wenig und schmeckt hervorragend. Eigentlich der perfekte Durstlöscher. Aber damit das Wasser einfach so aus dem Wasserhahn sprudelt, da steckt einiges dahinter. Was genau, das schaue ich mir jetzt an. Und zwar hier beim Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburg AG. Und das hinter mir, das ist einer der zwei großen Wasserspeicher der Stadt Salzburg. Und hier treffe ich Ludwig Steiger. Er ist Head of Water Supply, das heißt der Chef der Wasserversorgung. Das Wasser für Salzburg ist größtenteils Grundwasser aus dem Süden der Stadt. Die grundwasserführenden Schichten sind im Bereich von Grödig. Dort sind tiefe Brunnen vergraben und in diesen Brunnen hängen Pumpen drinnen und das Wasser wird hierher hochgepumpt. Das Gute ist, das Wasser, das in Brunnen wie diesen gesammelt wird, ist schon trinkfertig. Das Grundwasser wird nicht aufbereitet. Also es ist ausreichend lange im Boden drinnen und wird natürlich über Sand, über Kies im Boden gefiltert. Es kann in bester Qualität als Trinkwasser getrunken werden. Von den Brunnen wird das Wasser durch dicke Leitungen hochgepumpt bis zum Wasserspeicher. Allein hier passen 25 Millionen Liter Wasser hinein. So viel wie in zehn olympische Schwimmbecken. Von hier aus fließt das Wasser durch Versorgungsleitungen bis zu jedem einzelnen Wasserhahn in der Stadt Salzburg. Dafür braucht es viele Leitungen, alle zusammengerechnet 871 Kilometer lang. Das ist so weit wie von Salzburg nach Kopenhagen. Und bei so einem großen Leitungsnetz gibt es immer was zu tun. Die ersten Wasserleitungen sind im Jahr 1875 vergraben worden und es wird jedes Jahr neu gebaut, dazu gebaut und somit muss man ständig die Wasserleitungen wieder erneuern und aufstand halten. Bei so viel Aufwand ist es wichtig, das Wasser nicht zu verschwenden. Wir können alle dazu beitragen, Wasser zu sparen. Wir müssen nur schauen, beispielsweise tropfende Wasserhähne abzudichten, aber auch tropfende Toilettenspülungen, dass da die Dichtung immer gut schließt und somit kein Wasser verloren geht. Nur ein paar Tropfen, denkt man sich, ist doch nicht so schlimm, wenn doch jeder von uns jeden Tag durchschnittlich eine ganze Badewanne voll Wasser verbraucht. Aber lassen wir einen Wasserhahn ein paar Stunden durchtropfen, ergibt auch das eine ganze Menge. Der Wasserverbrauch lässt sich auch senken, etwa mit wassersparenden Elektrogeräten wie Geschirrspülern. Wir brauchen nur nach Italien, nach Griechenland schauen, nach Spanien. Da herrscht in großen Flächen Wassermangel. Darum sind wir in der glücklichen Lage, genug Wasser zu haben. Wir sollten aber trotzdem vorsichtig und sehr sensibel mit dem wichtigsten Lebensmittel von uns Menschen umgehen. Das Wasser hat also ganz schön einen aufregenden Weg, bevor es da aus der Leitung rauskommt. Und diesen Weg, den kann man auch selbst erkunden. Und zwar im Wasserspiegel, dem Wassermuseum der Salzburger G. Salzburg-G. 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 Salzburg-G.